So Freunde zur Vorfreude auf dem neuen Teil von Wolfenstein 2 was jetzt am 27.10 erscheint habe ich mir den ersten Teil noch mal gegönnt und würde gern mal mit euch anzocken wer sich für den zweiten Teil interessiert und den ersten Teil noch nicht gezockt hat kann ja mit mir hier zocken auf der Playstation Pro ich weiß nicht ob da viele Verbesserungen sind ich höre Kinder einen Hund ich sehe jemanden ja da ist irgendwer das alles das ist nicht meine Welt dafür rörende Motoren Soldaten wir kommen in der Nacht so, so geht's los aufmachen Blazkowitsch, Sie übernehmen ich muss verließen ach scheiße nach hinten schnell machen Sie die Treibstoffleitung zum Motor 6 nicht schnell mit dem Werkzeug schalten finden Sie was Sie brauchen eine Zange und Draht geschlossen ok die Zange und Draht wo finde ich die in die Zange und Draht achso alles klar oh all right all right all right das ist Das war meins, okay? Das war's doch, oder? Das war's doch. Alles klar. Oh je, wir wollen getroffen, geflammt. Ja, das ist alles klar, aber... Oh je, oh je, komm, mach mir. Das war's schon wieder. Das war's. Das war's. Das war's. Oje, oje! Boah, da sind noch welche. Feuer. Da ist es. Das habe ich nicht gleich gesehen. Genau, ich stehe wieder auf. Ja. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen. Gründgültiger. Volker 1, bitte kommen, Volker 1. Erste Hilfe, Kofferblastung, nennen Sie. Was hast du jetzt, verrückter Kerl? Kommt nur neun, hier, Volker 1. Sie sind zu nah. Mega tief, Volker 1. Kommt ihr ganzes Problem mit der Steuer um? Die Fondation verlassen. Ach, sie platzen, Vögel. Oh, je, Lange. Oh nein, Presko, fahren Sie das Vandal! In der Himmel, oben, hinten, die Lampen! Bessen Dank, Captain! Wurde! Verstehe Ihr Problem, Kontolein. Nicht schnell Rauchen! Sie verlönt Flüssigkeit am Ruder! Ihr Querruder ist hinten! Ja, die Mühle tisch sich wie im Zegel schneit! Zu spät, Fahne. Wird es auch passiert, wenn man zu spät den Schlauch abschneidet? Oh, ist noch geschlossen. Oh wei. Oh wei, wir stützen auch ab. Halten Sie den Kran und ziehen Sie zu sich hin. Okay, Sir. Wir fahren uns wieder. Okay, Private Light. Sie müssen noch was für mich erledigen. Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Okay. Das bin ich ja wohl etwa. Oh wei. Nein. Oh. Oh. Wo war's das? Ich hab gedacht ich muss da hin. Okay. Jawohl. Okay. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Na klar. Nichts passiert. Nichts passiert. Wie steht's Cap? Nicht so gut. Alles ohne nichts. Ja. Eigentlich mal wie alte Schule. Jetzt sprechen Sie mal alle. In neuen Games sprechen die doch alle nicht mehr. Ja. So. Kann ich mir was geben? Wo ist meine Knöpfe? Kommt, Freund. Ich hab' aus. Ja. Ja. Mach auf! Da sieht das... Ja, unser Flugzeug wird besser aus. Zeig! Tür! Wir wollen den nicht verlieren, toll, ne? Wo soll ich mich denn festhalten, Warren? Sag mir, schnell! Sag's mir! Er hat's mir nicht gesagt, wo ich mich festhalten soll. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wände sorgen. Okay. Kann sich jemand hören? Wie? Ich. Fergus, wie ist der Start aus? Blazkowitsch! Bei uns hier ist die Katte am Dach. Wir sitzen hier am Flieger fest, während uns irgend so ein Patserfinger den Arsch aufreißen will. Kein Witz! Ich hab das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blazkowitsch, sehen Sie das da drüben? Hey Private Wyatt, leuchten Sie! Blazkow, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Yasser! Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschütztraum unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Keine Waffen können Ihnen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Guter Plan, wa? Hä? Hätte ich mich beeilen müssen? Eck mal zu erschossen? Fir minha Frau, der hat den Schrader! Das ist wohl. Der ist wohl so. das Feuer kann ich auch nicht Leute das ist mal komisch WTF What the fuck? Also, wenn ich rund dahinter rein... ...wann muss ich da lang? Oh! Entweder bin ich zu blöd Entweder bin ich zu blöd oder ich bin in einem Dilemma Ich weiß nicht was lang geht Habt ihr da was auf dem Flugflug? Junke Höchstens weiß ich Ich geh nicht so durch, aber sonst Ich hab keinen Plan Soll ich da durchkommen? Freunde wie soll ich da durchkommen? Ich weiß es nicht Ich weiß es wirklich nicht Ich weiß es wirklich nicht Ich weiß es wirklich nicht Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kommen Sie raus. Kommen Sie raus. Ja, Moment. Kommen Sie raus. 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 Kommen Sie raus.